Heute geht es darum, hat es der Next wirklich besser? Glaubst du das? Reflektiert der Narzisst, wird er zur Einsicht kommen? Und ist diese Fassade, die du jetzt siehst mit dem Nächsten, ist das echt? Sind sie wirklich glücklich auf ihrem Schwanentretboot auf dem See? Mit ihrem Sekt, mit ihrer Instagram-Story? Punkt A, schau dir das nicht an. Und Punkt B, wenn du die Antwort erfahren willst, dann hören wir uns gleich nach dem Intro. Schön, dass du hier bist. The German Refugee, der Podcast ohne roten Faden. Follow my journey. So, ich habe dieses Intro jetzt 12, 13 Mal probiert aufzunehmen. Hallo und schön, dass du hier bist bei The German Refugee. Natürlich schön, wenn du wiederholt hier bist, schön, wenn du Mitglied bist, schön, wenn du Abonnent bist. Aber auch sehr, sehr schön, wenn du neu hier bist. An erster Stelle, heute geht es um den Next. Hat es der Nächste wirklich besser? Oder die Nächste? Und hier muss ich dir wieder ganz klar sagen, ich spreche aus der Sicht eines Mannes. Bei mir ist es eine Frau gewesen, eine verdeckte Narzisstin. Und deswegen muss ich das auch so sagen. Du kannst hier alles eins zu eins ummünzen auf den Mann. Genauso, wenn ich vom Vater rede, kannst du alles auch ummünzen auf die Mutter. Das nimmt sich nicht viel. Zumindest ist der Grundsatz absolut derselbe. Und ganz kurz am Anfang noch Werbung in eigener Sache. Schau dir gerne mein letztes Video an. Es ist wirklich durch die Decke gegangen. Und das war auch mein Sinn. Das ist aus meiner Sicht ein qualitativ hochwertiges Video, was dich wirklich weiterbringt. Somit werde ich dir das hier oben mit der Infocard verlinken. Schau da bitte kurz rein. Und ich bin jetzt noch nicht mal fertig, dass ich allen antworte. Aber ich werde euch noch allen antworten und freue mich auch hier über jeden Kommentar für euch. Aber wie gesagt, Intro kurz und weiter geht's. Wir müssen ein bisschen ausholen. Du lernst eine Frau kennen. Oder einen Mann, wie gesagt. Ich bleibe jetzt bei der Frau. Und die wird dir halt erzählt haben, so meine letzten Beziehungen haben alle nicht so funktioniert. Und ich bin noch nirgends wirklich angekommen. Und die gehen mir ja alle fremd. Und die haben ja alle mehrere. Und der Nächste ist mir dann schon wieder fremd gegangen. Es passiert schon wieder. Und sie wird auch so weit gehen, dass sie dir teilweise irgendwelche Internetfotos zeigt. Und sagt, ja, schau mal, mit sowas geht er fremd. Und nee, sowas habe ich doch wirklich nicht verdient. Und sowas triggert dich unheimlich. Als Empath besonders. Weil du dir denkst, ja, dieses arme Mädchen hat mit ihrer Familie keinen guten Kontakt. Ist schon ein, zweimal umgezogen oder so. Oder noch öfters. Ist nirgendwo angekommen. Hat schon öfters mal Job gewechselt. Dieses Mädel, dieser Frau, kann ich all das bieten, was sie braucht? Das hat mich zumindest so getriggert. So von wegen, hey, ich bin dieser Typ, der von mir aus jetzt sechs, sieben, acht Jahre älter ist als sie. Ein bisschen reifer ist. Ein bisschen reflektierter. Ein bisschen geerdeter. Aber ich habe halt gewisse offene Punkte gehabt. Und genau da hat sie angedockt. Das wissen wir bereits, warum der Narzisst auf uns zukommt. Oder was er bei uns sieht, dass wir unser Leben nicht völlig im Griff haben. Deswegen kommt er zu uns. Aber sie wird dir halt spiegeln, dass ihr Leben noch viel, viel schlimmer verläuft. Aber in diesem Fall ist sie die Person, die fremd geht. Da ist sie die Person, die die Leute betrügt, belügt, manipuliert, Geld wegnimmt, alles mögliche, Zeit und vor allem deine Lebensenergie und alles, was du hast. Das wissen wir bereits, am Ende kommst du daher, wie du erkennst dich selber im Spiegel quasi nicht mehr. Ich hoffe, dass du aktuell nicht an diesem Punkt bist. Aber ich war damals sehr, sehr getriggert, diesem armen Mädchen zu helfen. Und so sehe ich auch jetzt noch sämtliche empathischen Leute auf sie zulaufen, von wegen, jetzt hat es schon wieder nicht funktioniert. Aber sie ist doch so ein gutes Mädchen und jeder geht ihr fremd. Und das kann doch nicht sein. Und so richtig empathisch. Und ich kann es diesen Leuten ja auch nicht sagen. Und ich habe euch schon allen erzählt, ihr könnt es weder dem Narzissten sagen, noch dem Umfeld, noch dem Neuen, noch dem Nächst, noch dem Ex. Wobei es sehr, sehr interessant wäre, sich mal mit dem Ex an den Tisch zu setzen. Und der wird dir alles widerlegen, was sie erzählt hat. Das wird wahrscheinlich ein richtiger Saubermann sein, genauso wie du. Das wird ein lieber Mensch sein, mit Empathie, mit Mitgefühl und allem. Seid ihr da ziemlich sicher? Zumindest weißt du jetzt, dass ein Narzisst gerne projiziert und dir gerne Sachen erzählt und auch gerne lügt. Das muss ich leider so offen sagen, weil es einfach so ist. Das heißt, du bist kein Aufnahmefall. Du bist halt einfach der Nächste auf der Liste. Der Nächste, der benutzt wird. Und wie ich schon in einem Video erklärt habe, du bist der Treibstoff des Narzissten. Und genauso musst du dich sehen. Jetzt habe ich das letztes Mal mit Energydrinks klargemacht, aber du kannst es mit allem sehen. Auch mit einem Akku, mit einer Batterie. Du bist quasi ein Akku, der aber eigentlich nicht voll ist, wo du diese Person kennenlernst. Du hast schon deine kleinen Probleme oder so und genau da kommt ja diese Person in dein Leben, um dich hochzuholen, um dich aus diesem Tief zu holen. Völlig überraschend meistens. So, damit hast du ja nicht gerechnet. Und deswegen findest du es ja auch so toll, dass diese Person genau in solchen Momenten an dich glaubt, wo du vielleicht noch ein paar offene Baustellen hast, wo du vielleicht noch nicht ganz deinen Selbstwert hast oder so. Und diese Person kommt dann und findet einen Akku, der vielleicht 80% voll ist. Nebenbei, du solltest deinen Akku nie auf 100% laden. Also ich meine, das sind echte Akkus. Die selber natürlich schon. Du solltest immer so um 100% irgendwie am Start sein. Aber du bist ein Akku mit 80%. Und nebenbei gesprochen, je voller dein Akku ist, desto länger hält diese Beziehung. Je mehr du aushältst, desto länger hält deine Beziehung. Wenn du absolut devot handelst und alles mit dir machen lässt, dann hältst du natürlich umso länger. Aber diese Person sieht in dir Eigenschaften, die sie selber nicht hat und die sie sich von anderen ziehen muss. Sie muss, wie ich schon gesagt habe, die Bestätigung aus dem Außen ziehen. Es geht nicht intrinsisch. Das geht nicht, weil da ist niemand zu Hause. Wirklich nicht. Und wenn sie dann die ganze Energie von dir hat, dann schmeißt sie dich natürlich weg. Dann recycelst du dich von mir aus wieder. Aber sie schmeißt dich eigentlich weg. Ob sie dich jetzt in den Mülleimer schmeißt oder in den Recyclingcontainer, ist völlig egal. Das eine ist Müll, also nie wieder. Und das andere ist warmhalten, wieder aufladen. Und in dieser Situation willst du dich auch nicht finden, wo dich dann eine Person warm hält. Wo sie dir dann quasi eine Pause anbietet oder irgendwas, weil sie momentan mit irgendwas überfordert ist, was auch wieder erfunden ist, nur dass sie wieder bei den Next sitzen kann und dass sie sich 100% auf den Next konzentrieren kann. Und falls es nicht funktioniert, bist du so der Backup-Plan, den sie in der Hinterhand hat. Du bist kein Backup-Plan. Du bist keine zweite Option. Du bist die Option. Also du bist die Wahl und keine Option, so würde ich sagen. Du bist keine Nummer zwei. Du bist keine Nummer drei. Du bist die Nummer eins. Und wenn dich jemand nicht akzeptiert, wie du bist, dann bist du auch ganz schnell weg. Dann musst du niemandem hinterherlaufen. Eben. Du bist also leer quasi und wurdest entsorgt. Aber wo der Akku schon, also das ist wie beim Handy. Du denkst dir so, hey, also der Narzisst denkt sich, der Akku hat nur noch 25%. Den muss ich jetzt laden, weil sonst habe ich am nächsten Tag keinen Akku mehr so ungefähr. Und laden meint sie aber nicht, dass sie dich wieder auflädt. Sie wird dich auf keinen Fall, wenn sie dich runterzieht und fertig macht und manipuliert und alles, dann lässt sie dich liegen. Wie gesagt, dann schmeißt sie dich weg. Aber durch Aufladen meine ich dann, okay, sie kauft eine neue Batterie und die ist wieder voll. Und so geht dieser Zirkel ihr ganzes Leben weiter. So musst du das sehen. Und der Nächste, wenn du den ansiehst, wenn du Selfies von denen siehst, was ich dir auch nicht rate, blockiere diese Person auf allen Plattformen. Schau dir ja keine Fotos an. Es interessiert dich nicht mehr. Es muss dich nicht interessieren. Alles, was du jetzt machen würdest, würde an ein Stockholm-Syndrom erinnern. Und du willst nicht zu deinem Entführer zurück, der deine Zeit, Geld, Energie, alles geklaut hat. Und das kannst du dir wieder zurückholen, aber nicht mit dieser Person. Du sparst dich aber jetzt auf, das hört sich wieder falsch an, für eine andere Person, für eine gesunde Person mit normalen Werten. Das ist wichtig. Wenn du dir jetzt den Next anschaust und du siehst, von mir aus auch ihre Bilder, was ich dir auch nicht empfehle. Alles, alles, alles weg. Einfach zu. Weil es wird dich wieder triggern. Du wirst A diese Fotos sehen, die gepostet wurden, während ihr zusammen wart. Und dann siehst du dieses falsche Lächeln mit einem Emoji, was ihr gemeinsam gehabt habt oder irgendwas. Und du siehst dann eine Person, die auf diesen Bildern nicht ausschaut wie im echten Leben, weil sie macht 150 Bilder, weil sie hat diesen Gotteskomplex. Sie muss perfekt ausschauen. Sie muss diese Scheinwelt machen. Deswegen macht sie so viele Fotos und so viele Filter und postet auch viel, weil sie braucht ja diese Bestätigung. Und das kann ein Like sein. Das kann ein Winken sein. Das kann einfach nur, wenn du dieser Person ein Feuerzeug gibst, sein, damit sie sich ihre Zigarette anzünden kann. Es kann alles sein. Sie ziehen durch jeden Mist Energie. Also schau dir das nicht an. Aber wenn du das jetzt anschauen würdest, dann siehst du eine Person, die von außen glücklich wirkt und eine gegenüber, die genauso glücklich wirkt von außen. Und dieser Next würde dir dann auch erzählen, hey, es läuft super und das hätte ich ja nie geglaubt und was die alles für mich macht und ja und Zeug. Ja, aber dann überleg doch bitte jetzt mal. An diesem gleichen Punkt warst du. Du warst diese Person, die von dieser Sache keine Ahnung hatte, die sowas nicht in der Schule gelernt bekommen hatte. Die jetzt im Nachhinein recherchiert hat. Und warum sollten wir davor recherchieren? Also mach dir da bitte auch keinen Vorwurf, wenn wir noch gar nicht wissen, dass diese Person sowas ist oder dass sowas auf dem Planeten existiert. Aber jetzt weißt du es ja. Diese Person weiß es absolut nicht. Das heißt, sie ist in die gleiche Falle geraten wie du. Sie hat Sachen, die dem Narzissen Nutzen bringen. Sie hat Werte. Sie hat positive Laune. Sie hat von mir aus auch Geld. Und ihr könnt auch gerne mal in meinen Kommentaren lesen und dann seht ihr, was den Leuten alles genommen worden ist durch solche Leute, durch solche toxisch- manipulativen Leute. Was sie alles verloren haben, das ist nicht nur Energie. Es kann alles sein. Viele haben ihr Haus verloren, haben ihr Kind verloren, haben alles verloren, Geld. Und diese Person weiß es einfach nicht. Aber diese Person wird eins zu eins so enden wie du. Der Narzisst kann sich nicht ändern. Er weiß, was er tut. Und es wird im Alter nur noch schlimmer. Also glaube nicht und glaube nie, dass irgendein Nex es besser hatte oder irgendein Ex es besser hatte. Der Ex hat es jetzt besser, und zwar genauso wie du, indem er einfach nicht mehr da ist. Indem er sich distanziert hat, indem er alle Schotten zugemacht hat. Und an dem Punkt musst du dich jetzt hier auch befinden. Du brauchst hier nicht immer wieder irgendwelche Bilder anschauen oder irgendwas von ihr. Das hält dich nur im Nebel, das hält dich nur im Traumaband, weil ihr habt gemeinsam eine schlechte Sache erlebt. Aber du hast gelitten und dem Narzisst war es egal. Er hat dir lachend dabei zugeschaut. Vergiss einfach nicht. Er weiß, was er tut. Und er wird nicht reflektieren. Auch im Nachhinein, wenn du nicht ausweichen kannst, interessiere dich bitte nicht mehr dafür. Du kannst dich jetzt bestätigt fühlen, weil du merkst, okay, es stimmt wirklich alles, was mir dieser Typ hier gerade auf dem Kanal erzählt. Du kannst darüber lächeln, aber auf Dauer macht es was mit dir, weil das eine Person so wenig in ihrem Leben gebacken kriegt. Und ihr einziger Lebensinhalt einfach ist, von Typen zu Typen zu Typen zu Typen zu springen. Da will ich hier gar keine Ausdrücke sagen auf dem Kanal. Das wäre mir meine Laune nicht wert. Ich weiß für mich, dass diese Person in diesem Loop bleibt, dass es keinem besser gehen wird, dass es den Exen jetzt besser geht, sofern sie das Traumaband durchschnitten haben und verstanden haben, was los ist. Aber es kann auch so mancher Ex während deiner Beziehung noch am Start gewesen sein. Thema aufwärmen. Narzissten halten Leute auf, falls es nicht läuft. Dann kannst du die nämlich jederzeit wieder aktivieren, weil sie können nicht alleine sein. Ja, meine lieben Freunde, das war heute ein bisschen kürzer das Video, aber jetzt weißt du auf jeden Fall, der Ex macht die gleiche Sache durch, nur halt, der kriegt eine andere Love-Bombing-Phase, weil diese Person muss sich ja jetzt demnächst anpassen und nicht mehr dir. Somit ist das Video vorbei. Schau dich gerne hier auf diesem Kanal um und wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Also, bis dann. Peace. 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 Peace.